Mein Frühstück und Paul, der schaut schon wieder, ob er was abbekommt. Dabei hat er seins gerade runter geschlungen. Wie spät ist es? Fünf nach sechs. Er hat sein Frühstück schon weg, seine Insulinspritze, das ist meins. Käsebrötchen mit, wie heißt das Zeug nochmal, Quark. Mein Kaffee und Olle Paule. Er guckt da aber. Paulchen, Paulchen.